Und dann fährst du dann nämlich genau über dieses Dach drüber! Ja, das habe ich eben schon gemacht. Achtung! Alle Einheiten! Hol die Flächter so schnell wie möglich von der Straße! Also ich bin über das Dach drüber geflogen fürs Ultimo. Ich bin ja da fast hier ins Versteck reingekracht. Der Verdächtiger ist ausgebrochen! Wir sind wieder hinter ihm! Da liegen hier gerade die ganze Halle! Und dann sind die Halle kaputt! Aber Komplettamente! Was, so viele Bullen! Meine Herren! Da ist auch eine Werkstatt, das kommt hier gerade sehr gelegen! Ja, ich muss ja sagen, die Mechaniker in diesen Spielen, die sind ja wahnsinnig gut! Ja, da sind sie auch! Also ich würde mir auch immer wieder wünschen, dass es im realen Leben genauso schnell geht! Ja, ne? Einfach mal kurz bei der Werkstatt über dem Platz fahren und schon ist alles erledigt! Was, das hätte echt Stil! Jetzt fahre ich durch irgendeine Reithalle durch oder sowas! Ich hoffe, hier sind nirgendwo Pferde! Äh, oh oh! Aua! War aber ein ganz schön harter Stall! So, da hinten ist er wieder! Ja, äh... 0,4 Kilometer! Jaaa! Ich versuch gerade mal hier, den Bullen zu entkommen! Äh, nicht schaden, wenn man das mal macht! Ja, ich... Versuch! Also da, wo ich jetzt bin, ist eine Mauer, ne? Also nur, dass du weißt, nicht dagegen fahren! Mauer tut weh! Was tut das jetzt? Niemals! Rechnung! Abstand, sicher Fahrzeug, entkommt! Der nimmt nun einen Sprung oder sowas? Folgen gestartet, super! Oh, entkommen, schon wird man wieder verfolgt! Zentrale, Verfolger 110, 51, auf Last Guardian Ranch! Äh, brauchst du etwa Nitro? Geil, hab ich! Okay, wieso fragst du dann nach nem Sprung? Äh, spinn macht was? Ach so! Hey, Nagelband! Unschön, warum ist das da? Wahrscheinlich, um uns zu ärgern! Ah, das kann sein! Das ist ein Baum! Mann, jetzt währt endlich! Währt endlich! Ja! Ich, äh, bin da grad wieder fast im Nagelband reingefahren! Ja, du weißt, dass das nix gesund ist für Autoreifen, ne? Ach du, äh, es gibt doch hier sehr fähige Mechaniker! Ja! 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 Ich bin ganz... Äh... Na hier ist die Straße! Klar, sieht schon! Sehr interessant! Ahnungsstufe 3 Warum gefällt mir das jetzt nicht? Ich stehe wieder Nageln oder auf der Straße rum Wo denn? Und da ist Hoop! Häh Das ist ein Kopfherausforderung Du da schon wieder? Nein, würd ich nie sein! Ja! Nein! Bernd, dein Auto ist kaputt! Ja, ich hab's mitgekriegt. Ja, während der Avendal sein Auto mal reparieren lässt, ganz dringend, aber munter lustig weiter auf der Suche nach dem Ziel. Mal zwei Kilometer noch. Ja, ähm... Muss ich mal... Ich glaub, der Avendal wird das nicht mehr rechtzeitig schaffen. Allein schon dieser blöde Ladenbildschirm braucht gerne Ewigkeit. Ja, und sonst so? Ja, der ist auch aus dem Event raus, also... Das wird mir schon gar nicht mehr angezeigt. Ich hab's noch im Event drinne, ich bin, ich fahr noch. Ja, bei mir ist es raus. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch von den Cops verfolgt werde. Ja, bestimmt nicht. Die Wanderung im größtenteil ist wieder hinter mir her. Ja. Also, ich hab da immer noch so'n rotblinkende Mini-Map. Eigentlich ein Zeichen für... ...den wird verfolgt. Ganz... Äh, äh, Formaltäusch... Oh, hier ist ne... Hundertrichtig. Ein bisschen nagelneuer Mustang wieder an der Hand. Wie lange ich die ohne Beulen lassen kann. Ja, das ist... Das ist immer, wenn man gute Komplexen hat, dann geht so'n Fahrzeugwechsel sehr fliehend vonstatten. Und... Ja, äh, ich hab das Event gewonnen und bin gleichzeitig... ... äh, weit, weit, weit ins Meer geflogen. Wie hast du denn das geschafft? Ja, ich hab, äh, äh, gebremst, bin in die... ... Kurve rein und, äh... ... schloss mich... ... äh, äh, aus... Ja, es trug mich halt einfach von der Straße... ... weit ins Meer hinaus. Ja, und mir hast du wieder die ganzen Nagelbänder hier auf der Strecke hinterlassen. Nagelbänder auf der Strecke? Jemals! Ich hab jetzt nur grade'n... ... n... 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 Ich doch nicht. Ich probiere, weiß ich auch nicht. Irgendwas mache ich verkehrt. Du meinst, weil ich da gerade so an dir vorbeigesogen bin? Ja. Ja, das ist, wenn ich Nitro aktiviere. Dann fängt er an, so nach vorne zu schießen. Dieser Tade, er bitte Verstärkung. Dieser Typ zieht uns davon. Achtung, Verdächtiger auf der Weg. Call 3 fortsetzen. Stand by für Anweisungen. Call 3 Verdächtiger geflüchtet. Zurück auf Streife. Ein Kopf hat die Verfolgung verlassen. Und an Worten, der hat's drangegeben. Das sind doch mal schöne Nachrichten. Jetzt war gerade ein Kopf vor mir. Jetzt ist der Kopf mal weg, verschwunden. Ich frage mich gerade, wo der Kular hier gerade sich so rumpuselt. Ja, äh, 1,4 Kilometer noch. Hoppala, ich muss ja... Ah, abbiegen! Pfff! Hat er die Ausfahrt verpasst? Ja, so in der Art. Was ist denn passiert? Das bestimmt nur die All-Drive-Meldung gekriegt, dass ich wieder in der Nähe bin. Ähm, wo bist du da jetzt reingefahren? Ich weiß nicht, da waren gerade die Bullen, die haben mich hier gerade weggeschoben. Oh, ja, 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 ich seh das schon, ich seh das schon. Ja, bleibt mir ja weg. Aufschlagung bei High-Speed Racer von Turm an alle Einheiten einheitlich. Verdeckliger Garant ist, letzte Verfolgung fahrt. Wir haben gehalten, gehalten, wir haben gehalten, das fehlt. Bestätige, Absperrung läuft, andere Einheiten bitte melden. Also manchmal sind die Cops hier wirklich extrem nervig. Es ist weiter beendet, Opala. Warte, mein Auto ganz schön zerschrotet hier. Rückwärts durch die Werkstatt. Oh. Oh, da ist, äh, hier, da ist noch ein, noch ein menschlicher Mitspieler auf der Cops-Seite. Ja, also, hula, also. Ja, wie kommt ihr denn dahin? Ich dachte, wir sind hier in einer, nein, privaten. Ja, ich hab, äh, ich hab ja so ein, so ein bisschen, rumgespielt gehabt, mit diesen Einstellungen noch. Ja. Und ich hab so auf Freundesfreundes Dingens gestellt. Also, auf diese Einstellung da. Mhm. Das heißt, das heißt, ich habe 0 SP gekriegt. Das heißt, äh, theoretisch könnten noch andere menschliche Spieler in diese Session reinjoinen. Vorausgesetzt, sie haben einen von uns in der Freundes-Süste. In meiner Freundes-Süste. Session. In dieser Session. Ja, wir haben hier mehrere Spiele. Ja, das ist jetzt... Das war jetzt auch... Ah, wunderschön. Da hat er mich gekriegt. Kein Speedpoint dafür erhalten. So, gucken wir mal. Hey, wir haben ganz viele Mitspieler hier drin. Ja, sechs Stück. Ähm. Wollen wir mal gucken, dass wir gemeinsam einen Renten gefahren bekommen. Ja, können wir mal gucken. Ist das Ulbic Drive? Okay. Okay. Ich komme aus dem selben Versteck gejoint, wie du da bist. Okay. Okay. Dam, 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 dam. So, wo bist du? Da hinten bist du. So. Das Easy Drive Event. Ein Rennen. Und den Gullwing Drive hätte ich da ganz gerne. Gut. Fahr mir mal hinterher.